Hallo und herzlich willkommen heute zur geilen Moderation, denn ich habe noch rote Lippen, weil ich in Melo... Nein, das hört sich komisch an. Wir lassen es so stehen, selber schuld, wenn ihr nicht in unseren Streams dabei seid und das jetzt nicht versteht. Also abfahrt jetzt hier. Ja, das war doch gar nicht schlecht. Oder? Können wir reingehen. Na, super. Übrigens gucken wir uns 244, ich rieche oft an Männern an. Ja, passt doch. Klasse. Alles richtig gemacht. Heute auch ohne. Ja, ich habe den Sound halt, das ist ein bisschen hohl. Los. Das ist hohl. So. Hallo YouTube. Achso, hallo YouTube übrigens. Let's go. Beste Amoration ever. Ja, nee, heute nicht. Nee, Leute, komm. Komm, könnt ihr sein lassen. Chloe. Könnt ihr sein lassen, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Let's go. Komm, weißt du, wie ein Clip-Chat ich mache? Wow. Oha. Schön, ein Spiele. Eine Bekannte von mir und die haben dann noch den Neubau. Das heißt, die kommen regelmäßig zu dem Neubau gucken und jetzt kommt die da hin und sagt ein Tag, es gibt doch nichts Schöneres, als wenn du zu deinem Neubau gehst und guckst, ob alles in Ordnung ist und dann siehst, dass einer der Handwerker den in einen fetten Haufen in eine nicht bewässerte Toilette gesetzt hat. Boah, das ist aber wirklich unangenehm. Das ist wirklich komplett unangenehm, oder? Bah. Und dann geht der halt auch einfach. Naja. Hm. Also, ich hab halt hier so ein Fenster, das ist so fensterförmig, also rechteckig. Das ist ja der Hammer. So was hat sie? Krass. Hä? Wild. Okay, warum flex die so? Normal ist halt rund. Warum flex die so damit? Aber rechteckig ist krass. Fensterförmig hat sie gesagt, nicht rechteckig. Konzentrier dich, die Reaction hat angefangen. Ja, sie hat aber so rechteckig gezeigt. Rund wäre halt normal, sag ich. Aber rechteckig, Fensterförmig ist krass. Hast du gesoffen? Du hast jetzt dreimal nicht rechteckig aussprechen können. Rechteckig. Was ist mit dir? Kannst du dich bitte jetzt mal kurz hier sammeln? Ich muss Tom jetzt auf den Arm nehmen. Komm, Tom. Ja, okay, komm. Komm. Mein Gott, rechteckig. Wenn gestern der Stream um 16.30 Uhr angefangen hat und heute der Stream um 16.30 Uhr angefangen hat, wie viele Stunden sind vergangen? Zwölf? Wie viele Stunden sind vergangen von gestern bis heute, Jen? Von gestern? Achso, ja, natürlich. Ja, das ist jetzt der fucking ganze Tag. Oh mein Gott. Also mein erster Impuls war auch 12, dummerweise. Aber ja, ich gehe jetzt, wird auch mit 24. Okay, na. Ich habe das aus Solidarität übernommen, Rapti. Die Kaffeemaschine hat noch keine KI drin. Die ist noch dumm. Müsste er sich dann nicht wie der Kaffeemaschine voll gut verstehen? Oh nein. Ich wüsste, dass sowas kommt. Wann hat er es genau gesehen? Wann ist er weg? Wann ist er weg? Der war gut. Der war gut. Der war wirklich gut. Der hat gesessen. Strong. Oh. Ich bin im Fall, dass wir es noch nie hatten. Willi. Ja? Du bist ein Idiot. Mir geht doch das Trinken aus langsam. Kann ich das saufen? Bestimmt. Ich würde es lassen irgendwie. Ich weiß nicht. Ich bin mir... Geh halten, um zu trinken. Wetten, ich hole mir irgendeine Scheiße, wenn ich das sauf? Aber halten, um zu waschen, stand da doch... Ach nee, waschen. Keine tödliche Krankheit bekommen? Ungewöhnlich für ein Survival-Game. Was war das? Trink mal. Oh, man hätte es besser nicht trinken sollen, ne? Ja? Hm. Trauen wir uns jetzt wieder, die Alerts anzumachen? Do we... Do we dare? Herzlichen Dank für den Gips, der Bandbar. Okay, ich glaube... Ich glaube... Komm hier, also... Mein Gott! Es... Nein! Stopp! Es ist zu viel! Ja, mach sie an! Ich kenne doch nicht! Mach sie an! Wer ist unten rechts? Also der ist auf jeden Fall sehr lust. Was... Was passiert da? Ich baue hier. Bin ich unten rechts? Oh mein Gott! Oh, ich darf es nicht mehr lila, Mann! Oh mein Gott! Ja, dumm! Ja, natürlich! Oh, warte! Ich hätte es dir direkt ansehen müssen. Ja, ja! Eigentlich schon! Aber es ist eine Karnevalsverklärung. Sie haben öfters Spezies getroffen, bei denen das Etikett abgegangen ist und die trotzdem genauso gut geschmeckt hat. Es gab schon... Oh, so meine ich es nicht! Ja, so meine ich... Ich meine allgemein... Bitte was? Oh... Und das immer wieder bei Minderjährigen? Nee, ich bin 18! Juhu! Ich wünsche, wir können mir gar nichts! Ich habe ihn so zum Knudeln gern, ne? Oh Gott, Alter! Ja, ja, komm! Ja, was sollen wir jetzt dazu sagen? Hä? So, was soll ich jetzt darauf reagieren? Was... Jetzt mal ehrlich, YouTube, was erwartet ihr jetzt von uns? So... Wer war nicht lustig? Ja... Wer war nicht gut? Wer war das? Keine Ahnung. Ich habe keinen Bock, zurückzuspulen. Soll ich jetzt nochmal zurück... Das ist auch dumm. Kennt man die? Ja... Ja, war schön, meine Güte! Ja, boah, lass dich doch, Alter! Juhu! Oh, Mann! Ich fand's geil und der Gesang war auch okay, sagt Viking. Chloe sagt, nee, so gut war die nicht. Ja... Ich gehe mal im Crush-Channel schauen, ob die wer kennt. Ja, sag mal Bescheid. Aber kleine Streamer unterstützt man doch gerne. Wow! Hallo, Nico! Hallo, Nico! Ja, war gut, ne? Nee, ich finde das schön, damit Kimi sich wieder aufregen kann, dass da zwischendurch Streamer wieder drin sind, die talentiert sind. Ja, klar. Super. Mit IFA anzufangen ist schon... Ja, nee, das juckt mich gar nicht. Das geht an mir vorbei wie ein Windstoß. Bin ich ehrlich. Wie ein Rotkehlchen. Da habe ich gar keinen Stress mit. Nee, weiter? Mhm, cool. Folgendes Szenario, Tobias, ja? Du bist schwanger. Und dein Baby kommt zur Welt und ist einfach nur ein Babykopf mit acht langen, haarigen Spinnenbeinen. Wie reagierst du? Grill. Der kam schneller als gedacht. Ja, Grill. Weiß ich nicht, ob man... Also ist... Grill? Nee. Wieder reinschieben oder so. Ja... Ich weiß jetzt auch nicht. Nee, bitte mach weiter. Okay. Spielzeug ist kaputt. Jetzt brauche ich ein neues Spielzeug. Möchtest du mein Spielzeug sein? Ja. Ich bin auch ganz lieb. Biss. Haha, Suki, alter. Ja, nee, also ja. Ja, einfach... Ja, komm, was soll ich jetzt darauf anfangen? Auch da kann ich nur ja sagen. Komm. Brich mich, Suki Senpai. True. Mehrere Jahre, Suki. Verstörend, aber auch irgendwie erregend. Ja. Ja. Ach Gott. Nein, nein, ehrlich. Ich bin der fucking dümmste Streamer, was Kochen angeht. Nochmal kurz eben. Das Problem bei den Freuds ist immer so ein bisschen diese Copy-and-Taste-Kacke. Das ist immer ein Riesenproblem, wenn die Jungs... Digga, für mich ist... Hier, wie heißt das? Gras. Schnittlauch. Schnittlauch ist für mich Gras und hier, äh, Kleeblatt. Kleeblatt? Petersilie ist Kleeblatt. Meerrettich ist auch ein Fisch. Aber da mit dem Meerrettich, das hatten wir doch schon mal. Kimi versus Dirk Koch-Duell. Ja. Oh mein Gott. Ja, aber fühle ich sehr. Also kann ich sehr gut nachvollziehen, tatsächlich. Feuerwehr! Wow! Feuerwehr, Feuerwehr! Das ist wahrscheinlich voll normal in dem Spiel. Das ist Minecraft übrigens. Oberbrandmeister! Du musst du doch kennen. Ja, eben. Zum Bekämpfung antreten. Jawohl, Kommandant. Hilfe, Hilfe! Ja, wir kommen ja schon. Ach was, jetzt regnet's? Ernsthaft, wo ich der Held sein wollte? Jetzt fängt's an zu regnen? Wow. Ach, hör doch auf. Leck mich doch. Das ist... Ja. Ja, beste Spiel. Ich liebe das Spiel. Ja. Ja, ja, ja. Kimi versus Dirk Neinfeld bei den Freuds in Copy & Taste. Wäre mal Content. Ja, aber wir machen ja kein Content. Deswegen abgelehnt, Rapti. Aber nicht gemeint. Ja, Frikadelle ist auch ein Fisch-Emporisch. Hat sich auch nie geändert. Immer schon gewesen. Und rein da. Uh, wo bin ich jetzt? Hä? Pff, äh? Aber was ist das denn für eine Scheiße? Ist sie Fahrrad gefahren? Aber wie geil war das? Keine Ahnung, aber es sah voll fancy aus. Aber so war ein von in der Matrix 6. Forever gone. Oh. Homemade Flashbang, nice. Homemade Flashbang? Oh Gott, bitte. Ich möchte sehen, bitte. Ähm. Da. Oh, wow. Oh. Ja. Auch gut, das so fortzuführen dann. Immer... Boah, es piepst in meinem Ohr. Mhm. Es war wegen dem Ding. Hast du da... Aber ich habe jetzt so ein dauerhaftes Piepsen. Gerade du auch? Mhm. Kurz nur. Boah, das war jetzt irgendwie wild. Ist ja nicht schlimm, Fabian. Ja, Mensch. Fabian. Sonja Milschi. Ja? Also erstmal... Willst du mir wirklich gerade sagen, dass wenn man sich anruft, irgend so eine komische Stimme sagt, Sonja Milschi? Ja. Dann weiß man weiß, ob man drangeht, eine Tüte oder nicht, oder? Aber ich habe das tatsächlich ausgestellt. Also... Ist so ein iPhone-Ding? Ja, ja. Der liest halt den Namen vor, der da steht. Aber ich habe das ausgestellt. Ich finde es irgendwie ein bisschen nervig. Aber Sonja Milschi fand ich schon lustig tatsächlich, ja. Milschi, genau. Oh nein! Hallo, Klippi! Hä? Hallo, Klippi! Ich drücke auf Salutieren anstatt auf Heilen. Ich habe das nicht gecheckt. Der wollte heilen, hat aber auf Salutieren gedrückt. Ach, und dann passiert das, oder was? Oh, ja. Ja, dann... Ich drücke auf Salutieren anstatt auf Heilen. Ja, sorry, aber wer das nicht weiß, ne? Das sind Basics. Hey, Rice! Hello, hello! Hallo! Ja, guten Abend! Grüße dich! Ich spare für meine dritte Titte. Ich wollte mir hier irgendwann so eine dritte Brust machen, weil ich glaube... Mehr Boops geben mehr Geld. Deswegen, ich mache nicht einen auf dicke Lippe. Ich mache einen auf dicke Titte. Ja, nicht so wie Kati, die machen auf dicke Lippe. Aber dann passe ich auch gut mit Sandy zusammen, oder? Ja, dann macht ihr doch mal einen Lippentittenkanal. Wow, Alter, was ist passiert hier in diesem... Oh mein Gott. Okay, sehr gut, Klippi, sehr gut. Habe ich dir aber schon vor zwei oder drei Tagen gesagt. Ja, dass das hochgeladen wurde. Aber ich dachte, da gibt es immer noch zwischendurch Probleme, welche sein können. Ja. Lass sie doch, Klippi, lass sie doch. Oh, Konshu! Oh mein Gott! Konshu ist so talentiert. Mach nochmal zurück. Normalerweise bellt er immer. Aber er hat jetzt... Ja, aber der hat jetzt wirklich U gemacht. Hör. Oh mein Gott! Oh, das war wirklich gut. Es war wirklich 1 zu 1. Ja. Mehr Talent als Hör. Hä? Ja. Konshu ist aber der Streamer, ne? Also der Hund. Marcel. Marcel. Der macht nur an. Ja. Ich habe eure Streams vermisst. Konnte an sich nur euren Premium-Content auf YouTube schauen. Aber danke, dass du das getan hast. Ey, wie siehst du von dir? Danke für deinen Support. Wie geht's dir? Und danke, dass du wieder hier bist. Und Nancy, welcome back. The House In the middle of the street A house Dieses Lied, Alter. For real? Man hört keine Mucke. Fuck. Oh, nee. Ist das peinlich. Oh mein Gott! Es war noch nicht mal extra? Oh. Ich habe gedacht, das wäre einfach rausgemutet. Und es hört sich deswegen so lustig an. Ja, habe ich auch gedacht. Aber, ja, okay. Hm, schade. Ja, bei uns ist es... Nee, bei uns ist... Warte mal. Das stimmt ja gar nicht. Bei uns ist es nicht rausgemutet. Wow, ich kann wirklich gar nichts. Buddy kann sich mit einem Handstaubsauger prügeln. Dann geht er an und kackt sich ins Fell. Ja. Erst große Fresse und dann... Ja. Hunde halt, ne? Nein, nein, nein. Ich kann schon mal heißen. Ja, also nochmal kurz, okay? Also nochmal langsam, damit ihr euch das merkt. Das ist ein gutes Gedicht. Das zieht immer, ja? Also, Schneewittchen hat einen geilen Po. Super Titten sowieso. Täglich hat sie wilden Sex. Mit den Zwergen eins bis sechs. Nur den schwulen siebten Zwerg, den fickt Hänsel hinterm Berg. Geil! Das hab ich ja noch nie gehört. Gut, vorhin. Sehe ich auch so. Ey, aber strong. Wirklich strong, hab ich noch nie gehört. Schwul nochmal zurück, konnte nicht alles aufschreiben. Da müsst ihr besser aufpassen. Schneller notieren. Der war wirklich gut. Ja. Muss ich sagen, den kannte ich nicht. War schon okay. Wir laufen die Abongi-Runden. Jetzt, wo du gefragt hast, muss ich gleich sterben. Wow. Warum fragst du auch, Conor? Was soll denn das? Ganz einfach hellseher geworden. Ja. Was hat Schneewittchen mit Händen zu tun? Gute Frage. Hängen die nicht alle zusammen ab? Na klar. Wenn die Geschichten vorbei sind, dann treffen die sich auch alle immer, oder? Ja, im Club Kalimba. Woll, Blume und Soviati. Oh, wie zieht sie. Oh, ja, gar nicht schlimm. Easy. Können wir nicht Minecraft spielen? Alle abends in der Märchenwald-Afterwork-Bar. So nämlich. Donny spielt Dark Souls 3. Oh, hier, guck mal, richtig geil. Hier machst du Bier, ey. Einmal schön die Hose bis zu den Knöcheln runter. Ja, okay. Ja, auch mal den richtigen Moment abpassen, ne? Oh, Donny, let's go. Oh mein Gott, knallt doch die Türen dazu zu. Wir haben Türklinken zerfixst. Wo kommt ihr her? Seid ihr dort aufgewachsen, wo es nur Vorhänge gab, oder was? Junge, wie kann man das so sein? Ohne Luft zu holen. Ohne kurz mal zu atmen. Du hättest dort aufgewachsen, als du Vorhänge gab. Junge, ich kann das alles nicht mehr. Das hat dir wohl zum ersten Mal aufgesagt. Alter. Aber auf den Punkt. Oh Gott. Der war schön, danke, Donny. Ja, boah. Ey, Rice, ich hoffe, dir geht's besser. Ja. Ja, ist so. Dich in einem Arztzug anschnauzen kann nur meine Mutter, ja, true. Und konnten die dir helfen, dass du zukünftig... Nicht mehr passiert. Der war strong. Entfache dieses Feuer. In mir dieses Feuer. Das ist gut gewesen, bestimmt nicht. Oh mein Gott. Er hat überlebt, aber wollte er nach unten? Weiß ich nicht, aber er ist nicht gestorben. Also, es war okay, glaube ich. Lilly Mord. Jetzt machst du diese Mitten-in-der-Nachts-Cheats. Also, theoretisch, für unseren Rhythmus bin ich immer noch nackt, äh, na, na. Hm, was? Für meine Verhältnisse war noch zu viel an, aber... Ja, ich fand auch, also, da hätte noch ein bisschen was anderes Thema. Und Julide, ordentlich, jawoll. Nee, komm. Die Katzenhörchen. Der Platz, doch. Ja, weiß ich jetzt einfach nicht. Weiß ich jetzt nicht, ob das... Ja, ja. Sie wollte zu viel Liebe. Ja, ja. Zu viel Liebe in den Luftballon. Ja, da wusste... Ja, ja, ja. Ja, ja, komm. Hast du den Waschlappen gerade in die Spüle geworfen? Nee, ich kann Stefan nicht in die Spüle werfen. Wow. Letztes Mal hat sie's gekriegt. Ja, ja, ja. 1-1. Ja, true. Ich... Doch, also, Erik, ich erinnere mich noch, ich glaube, es war Peters 30. Geburtstag. Da stand, Erik, ich glaube, drei Stunden lang in diesem Captain's Stand. Also, ich saß auf der Bank und er hatte auf der Bank gegenüber sein eines Bein hoch. Also, sein Penis war sozusagen direkt in meinem Gesicht die ganze Zeit. Und es hat mich nicht gestört. Also, ich kann das verstehen, ja. Manche Sachen sind seltsam. Okay, alright. Hallo, Jessie. Hallo, Jessie, was geht? Auch notiert. Oh mein Gott. Gibt Schlimmeres. Ja, true. Genau das ist das Feeling, glaube ich. Ah, ich bin ein bisschen... Okay, ich hoffe, ihr mögt meinen Hintergrund genauso wie ich. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn einfach. Okay, seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Trommelwirbel, bitte. Es ist mir immer noch super unangenehm. Ich sag's, wie es ist, ne? Es ist mir immer noch unfassbar unangenehm. Ja, zu Recht, Katja. Ja, weil wir wissen immer noch, wie das aussieht. Ich hab's gedacht so, ja, alles klar. So müssen sich Männer fühlen, wenn sie erst mal geprahlt haben, dass sie ein 3 cm Ding haben und im Bett da nicht wirklich vorankommen. So, ich, ich, ich... Okay, jetzt war ich kurz raus. Ich wusste kurz nicht, wo die Story noch hingeht, aber... Aber ja, ist also, ich glaub, um's kurz zu fassen, eine Enttäuschung war da. Ne, also Fabian aufschreiben. Ich bin immer noch ausgestiegen. Ja. Das weiß ich immer noch nicht, wie es aussieht, was da passiert ist. Ja, aber es ging noch um den neuen Hintergrund, oder? Und den konnte man auch jetzt in dem Reaction-Clip sehen. Oder war ich jetzt... Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich glaub, es ging um den neuen Hintergrund, ja. Ja, ich glaub... Aber ja, was soll ich jetzt sagen? Es geht ums Kurzfassen, ja. Naja, komm. Boah, ich hab so... Geisteskranke Angst, dass man sich seinen Finger abschneidet, ne? Hey, aber ist es... Oh mein Gott. Ich hab's nicht gecheckt. Ich hab's gar nicht... Ne, ich hatte auch zu sehr Angst, dass er sich einen Finger abschneidet, aber ich dachte mir... Kann nicht sein, wegen Blut und dies. Ja, ich weiß, aber ich hatte so Angst. Hätte so Angst, dass da jetzt gleich ein Finger in diesem Gurkenglas liegt. Ich geb mich schon Krampf im Finger. Ja, 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 schon beim Hingucken. Das ist ja furchtbar. Allein wie die Möhre gehalten wurde, Leute. Das ist ja... Immer Handballen. Hier, krieg ich Krämpfe. Wenn Löwen hat der, wäre das nicht passiert. So nämlich. Ja, bestimmt Johnny. Oh, das sieht aus wie eine Fosse. Wie wenn... Das sieht aus wie eine Fosse. Oh, das sieht aus wie eine Fosse. Das hat sie schon gesagt, ne? Opossum, hab ich verstanden. Ja. Du hast nicht das... Du hast das... Nein, hast du nicht gesagt? Opossum. Ja, klar, klar, klar. Ja, klar. Voss Arena. Ja. Nicht... Ja, okay. Ah, mit Punkt oder Komma kannst du springen, ein paar Frames zurück und vor. Das ist richtig mies. Manchmal aus Dosen, fast immer aus Dosen. In der Flasche habe ich das letzte Mal gesehen, wie gut du die das erste Mal geöffnet hast. Ne, guck mal. Ja, das... Nein! Das ist nicht wahr! Hä, warum? Aber das sah furchtbar lustig aus. Aber warum? Egal. Witzig. Tierchen töten, aber die greifen mich an. Speichern, ja. Wie die. Speichern. Laden, es ist laden, es ist laden. Gespeichert. Nein. Oh mein Gott. Oh nein. Ich habe laden gemacht, ne? Ja, sorry. Vorsicht, du könntest jetzt auch in die Map reinbacken. Ach, das wird mir doch niemals passieren. Und reingebackt. Ja, doch, sag niemals nie aus einem Grund, dass es vielen schon passiert. Und tschüss. Speichern ist für Loser. Ist so, Tom. Stell dir vor, du hältst die Flasche an den Mund. Oh, warum haben wir das? Weiß ich auch. Hallo, Art. Hallo, grüß dich. Taitoko, schön, dass du da bist. Können wir weitergucken? Mikro näher an den Mund. Ah! Au! Nichts in den Mund oder an den Mund, bitte. Nee, komm, bitte. Kein Loot. Okay, ausfährt. Äh, recommended horse-oriented. Ja, dann lieber horse-oriented. Bitte. Ja, dann entscheidet doch das horse, wo lang, oder? Ah, das ist doch nicht so gut. Oh Gott, es ist gar nicht gut. Hallo? Hä? Also es ist verkehrt rum. Du scheiße. Oh nein! Jetzt sehe ich, was ich gemacht habe. Das ist gar nicht gut. Ich habe es nicht gecheckt, tut mir leid. Ich glaube, man konnte da aussuchen, wie man dann steuert. Ja, habe ich mir auch gedacht. Also, aber ich habe es trotzdem... Ich habe das leider trotzdem gar nicht so verstanden. Ich bin echt hohl. Ja. Äh, Rice, hier bei uns im Chat kannst du einfach ausrufezeichen Clip und dann macht er von den letzten 15 Sekunden, glaube ich. 30? 25? Ja, irgendwie so. Ein paar Sekunden auf jeden Fall. 30, okay. Ja, am Ende war doch gut. Ja, habe ich auch gedacht. Direkt schnell umgesetzt. GG. Ja, guck. Oh, die fahren Auto. Das ist eine Gans, oder? Das ist ein Schwan. Ein Schwan, oder? Ja. Ein Schwan. Ein Fahrnauto. Ein was? Äh, ihr seid wieder um Schwan. Ein Schwan. Das haben wir doch jetzt auch alle gehört. Du oder was? Nein, Kivalin, nur du. Genau so. Nur ich glaube, wenn man dann noch was dazu schreibt, dann funktioniert es nicht. Ja. Oh, was ist das für ein Spiel? Mich selbst schlagen. Das ist Escape Room the Sick Colleague. Oh mein Gott. Man kann sich selber noch so töten. Das ist ein richtig gutes Spiel. Finde ich realistisch auch. Oh Gott, was passiert? Was geht da denn jetzt ab, Alter? Oh mein Gott. Was waren die mit Kronk wieder? Die sehen sich sehr ähnlich. Hier. Er sieht aus wie so ein exzentrischer Künstler. Den würde ich, ich würde, ich würde Erik hier auch in so einer Art Gallery sehen und so sagen. Ja. So ein Kritiker. Dieses Kunstwerk von Brissensens ist ein Ausdruck unserer heutigen Gesellschaft. Ja. Dieser Schwanz. Aber ich finde tatsächlich, so Kunstkritiker hätte ich also da von Brissensens. Saleni, danke für deinen Support Schlafschön. Danke, dass da warst. Gute Nacht, Saleni. Süße Träumis. Ganz bekannter Künstler. Klar. Brissensens. Wer kennt ihn nicht? Das sind Basics, Leute. Konzentriert euch. Das sind Basics. Man muss das eh klar kommunizieren. Das sowieso. Ja. Warum? Wie dumm man in diesem Spiel sterben kann, Alter. Das finde ich schon auch realistisch, wenn ich einen Körper auf dem Boden... Das war mal wirklich realistisch. Ja, das war es halt dann auch mal. Auch das und die? Ja. Oh, das ist ganz unten. Wasser war aus. Nee. Oh, ah. Aber auch das ist mal super realistisch. Ja, alles gebrochen, dies, das. Ja, oder? Und so faltet man einen Menschen. Ja, so. Wollen wir anstoßen? Auf was stoßen wir heute an? Dass wir heute kochen und dann letzte Woche nicht angestoßen haben. Gut. Oh ja. Oh, hast du geguckt? Was? Nichts. Sag. Sag. Was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Das war das für ein Abchecker. Ich habe keinen Abchecker gemacht. Du hast ja gerade voll den Abchecker gemacht. Alter. Ich habe keinen Abchecker gemacht. Okay, ich möchte jetzt endgültig wissen, in was für einer Relationship die beiden zueinander sind. Weil die streamen ja schon oft zusammen. Habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Oder ist es einfach, keine Ahnung, also ist es voll official eigentlich? Sind die zusammen? Sind es Geschwister? Cousin, Cousine, Dritten Grades? Nachbarn? Beste Freunde? Streamer Kollegen? Genau. Gibt es da was? Ja, das weiß ich wohl, Raptor. Das ist ja wohl jetzt, also sorry. Onkel und Tante? So. Kann ja sein, dass da wieder irgendwas, mich interessiert es jetzt einfach. Weil man häufiger Clips mit denen zusammensieht. Hätte mich einfach interessiert. Okay? Wolf sagt, ja, sie sind ein Paar. Steppbrow und Stuck. Status? 360 Hertz. Brieffreunde wird auch noch. Ich habe selbst keine Ahnung. Ich denke aber schon, die sind so inoffiziell zusammen. Ich habe die beiden ja auch auf der Polaris zusammen getroffen. Die machen ja alles zusammen. Ja, also ich meine, man kann ja auch befreundet sein. Also es ist ja alles, aber ich dachte, ich frage einfach mal. Ich dachte, ich frage einfach mal. Wir machen auch alles zusammen. Ja, stimmt. Ja. Nee, alles da gut, haben wir drüber gesprochen. Gut sind wir zu keinem Ergebnis gekommen. Pinky and Brain it is. Ja, manchmal kann uns die Community aufklären, manchmal auch nicht. Und manche Dinge sollen ja auch privat bleiben. Vollkommen richtig. Ne? Auf jeden Fall. Aber hätte ja sein können, wie wir gute Freunde sind. Ja. Ja. Hauptsache, alle sind glücklich. So. Und Hauptsache, alle ist, hier geht's gut. Müsst du auch mal Hallo sagen? Ja. Quinn sagt euch heute auch wieder Hallo. Hallo Quinn. So, einmal da, Quinn. Da ist die Kamera. Morning. Hat gezwinkert. Du hast dem Chat so gezwinkert. Das war süß. Das war süß. Ja, aber nur in die Richtung zeigen. Aber bei mir hält er die so komisch, wie so ein Spalier. Ich seh's gerade. Drop Sie mal. Ah, nee. Ciao. Sonuk. Oh, jetzt hab ich Hunger. Was ist das Hyper-Sonuk? Oh, was haben wir hier? Halt's auf. Warum war noch Zeitlupe eingestellt? Das hat gejuckt, glaube ich. Ja, aber... Vielleicht schneit's. Ja. Wenn die linke Tüte... Ah, nee, war die rechte. Dann regnet's. Rechts Nippel jungen Regen. Links Nippel jungen Schnee. Ja. Dann Regen. Oh Gott, Alter. Das war also wirklich... Oh, was ist das denn? Schmetterling. Abgelenkt. Oh Gott. Oh mein Gott! Der beste Spieler der Welt. Die Armbrust, ja. Wirklich. Jetzt ist Schluss mit lustig. Das reicht jetzt. Gib mir die Armbrust. Hallo, Mountain. Verdammt. Ja, wow. Okay. Damn. Surprise. Ja, ehrlich. Prank. Hallo, Mountain. Grüß dich. Ja. Ja, noch mehr bitte. Okay. Noch mehr. Kommt doch alle her, Mann. Jetzt wird er übermütig. Und, es sagt die Umfrage. Wer benutzt die Strandmatte? Was? 20 Leute? Nicht. Das kann nicht sein. Ey, ich rieche so oft an Männern. Nein, nicht an... Ja, Kontext, Leute. Wer benutzt die Strandmatte? Wer benutzt die Strandmatte? Ich rieche so oft an Männern. Und dann riecht sie Strandmatte? Boah, Brudi, du lagst auf Strandmatte. Und... Meinst du, dann ist... Dass man das... Wenn man... Fuck, ich versuche den Zusammenhang zu finden, aber... Egal, es ging nur, dass sie so oft an Männern riecht. Das ist egal. Das hat nichts mit der Strandmatte zu tun. Okay. Wie geil war das denn jetzt? Ich gucke euren Stream und Kimi sagt, ich würde in dem Moment Werbung... Oh nein. Hallo, Eilif. Grüß dich. Ist ein Haargel. Hallo. Ach so. Oh mein Gott. Got to be Strandmatte. Danke, Eilif. Oh, ey, ihr seid wirklich... Sowas wisst ihr wieder, ne? Aber wenn ich so elementare Fragen stelle über irgendwelche Streamer-Relationships, dann könnt ihr mir keine Antwort geben oder was? Aber got to be Strandmatte. Ja, das hat tatsächlich einen Eigengeruch. Das erkennt man tatsächlich. Der Manni hat das auch benutzt, eine Zeit lang. Echt? Du hast das tatsächlich auch mal gehabt. Was? Ja. Geil. Das ist die... Das ist die... Das ist eine Pötchen. Ja, ich weiß genau, welches das ist. Das ist sehr intensiv. Das riecht geil. Ja. Aber ich bräuchte es jetzt eher weniger. Nee. Vielleicht wo... Hm? Mit deiner Zähne. Was? Arno, vielen lieben Dank für deine verschenkte Zimmerkarte an Rising Sun. Dankeschön. Hallo, Olo. Ah, Kim, hier arbeitest du bei Promiflash. Ja, vielleicht soll ich das mal. Vielleicht soll ich ja mal anfangen. Hallo, Olo. Arno, vielen lieben Dank. So. Danke. 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 Gib mir den Beat. Oh, oh. Oh, oh. Hey, so ein Horrorgame möchte ich spielen. Das macht mir dann auch keine Angst. Da komme ich gut klar mit, denke ich. Boah. 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 Boah, krass, Alter. Gänsehaut, ey. Mega sick. Du musst erst mal den Controller in der Hand haben. True. Alter, krass, 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 krass. Auch Milchie. Das haben wir kurz gesehen, ne? Das war super verstörend. Auf eine lustige Art. Auf eine lustige Art. Ja. Sie musste da ja immer warten. Was? Weißt du was? Ich geb dir gleich ein Loch. Und zwar ein zweites in deinen Arsch. Boah, ekelhaft. Weißt du was? Verschwinde. Oh mein Gott, was hab ich mir mit... Oh Gott. Los, weg. Boah. Ich geb dir gleich noch. Löder Hund. Es ist aber... Es ist... Wenn man den Clip jetzt so sieht, ist es genauso verstörend, wie er, als wenn man den Stream gesehen hätte. Also das hat es jetzt wenig... Weder besser noch schlechter gemacht. Welcher Film? Hä? Harry Potter? War das doch gerade... Oder muss ich jetzt auch den Teil wieder sagen? Wird es hier wieder eine Probe? Dating-Simulator, hab's sofort verstanden. Warum, Annika? Spielst du auch immer mit Fabian? Wow. Wow. Drücken, bitte. Mir lag auch sonst nichts weiter rum, ne? Kein Minipack, kein gar nichts. Ich glaub, die Blitze haben auch jetzt aufgehört. Ja. Die haben aufgehört. Strong? Ey, wirklich strong. Ich fühl das so sehr, ne? Ja, wow, ey, wie... Hä? Ja, das ist easy. Das ist easy hier. Ich seh den schon fliegen. Ich geh als erstes durch Ziel. Ne, als letztes. Das ist also klar. Tschüss. Hey, warum kommt der mir so bekannt vor? Weiß ich nicht. Christopher heißt er. Ich bin jetzt doch aus irgendeinem Trash-TV oder so. Oder? Leute, wo sind meine Promi-Flashies? Was ist denn jetzt schon wieder E, W? Ich kenn nur E, Z. Das ist so... Äh. Oder? Äh, nach vorne, Fabian? Oder? Äh. Oder was? Ja, E, W. Ja, Alika, wenn du jetzt das E klein schreibst, dann macht's auch nicht besser. Ja, danke, Chloe, wirklich. Also, ist denn noch ein Bachelor? Von Chris Pratt? Nee. Ill, so. Ill. Okay, irgendwie dachte ich, der... Okay, vielleicht vertue ich mich auch und der... Gibt es Wikipedia-Eindruck zu? Chris, das freut uns. Dankeschön fürs Kompliment. Kannst du da mal draufklicken, Amber? Jetzt komm mal runter. Passiert da was? Filmografie. Guck mal. Steht da was Wichtiges? Äh, Schloss Einstein? Ja! Hand aufs Herz? Ja! Tatort? Alarm für Cobra 11? Ja! Guck mal, wusste ich's doch! Hab ich doch wohl erkannt! Alles, was zählt! Alles, was zählt auch! Vier Jahre lang. Mann, Leute! Ist jetzt... War vielleicht kein Trash-TV, ne? Synchron-Roll-Navy-CR-S, L.A. Ja gut, da hab ich jetzt wahrscheinlich gesichtlich erstmal nicht erkannt. Danke, Viking. Aber Leute, komm! Hä? Schloss Einstein. Wo siehst du? Klassisches Trash-TV. Ja, boah, weil ich da vielleicht, äh, ich wollte da... Ich war mir halt nicht sicher. Ja, aber von alles, was zählt, daher kenn ich den. Bin mir sicher. Hab ich nie geguckt, keine Ahnung. Doch. Und Halloween. Alles, was zählt, ist doch das mit den Schlittschuhläufern. Mhm. Ne? Ja, aber ich hab's nicht geguckt. Naja, gut. Haben wir's auch geklärt, Leute. Danke. Kam immer... Dank für eure Hilfe. Alles, was zählt, beste Sendung. Kam immer, wenn mein Papa zu spät dran war, mit, äh, mit Abholen bei Oma. Ja, ehrlich, ihr habt es auch früher geguckt. Das ist dieses Fernsehen. Ist so. Wohin, danke für einen... Wohin, danke für einen Coin. Prost. Das ist mit den Schlittschuhläufern. Ja, mit die eine, die mal Dings auch mitgemacht hat. Let's dance. Wie heißt die denn nochmal, Leute? Okay, Mali, bitte drück. Boah, Inge Brause. Nee. Birte. Mein Gott, die Blonde. Uwe. Die Blonde Schlittschuhläuferin. Oh, die eine Zwillingsschwester hat. Boah, Leute, ihr müsst wirklich... Die von GZS ist. Da, um schneller kommen. Ja, die andere ist nämlich bei GZS dann wichtig. Schäfchenko. Nein. Aber die hat da auch mitgemacht. Die Schäfchenko auch. Gabi Köster, Katja Eppstein, an die Wand. Ach, wisst ihr was? Mit euch kann man auch keinen Krieg gewinnen. Schränkt euch doch mal ein bisschen an. Die mit P. Boah. Hey, Google. Hey, Google. Wie heißen die Schwestern von GZSZ und alles, was zählt? Valentina und Cheyenne Pade. Pade. Valentina Pade. Boah, meine Güte. Mit euch muss man auch wirklich nochmal so einen Kurs machen, ne? Pepe, Piron, Petra, Pamela. Oh, Valentina. Und Win, danke für nochmal einen Coin. Wir wissen, dass das ein Bit ist. Aber bei uns heißt es Coin. So. Oder Coins. Danke dir. Okay, gut. Ja. Hallo alle zusammen. Ich bin es, die Mayo. Ich streame normalerweise auf meinem Channel, aber heute bin ich hier bei, äh, ich hab den Namen vergessen. Diese Hände, ne? Die sind auch so strong, wirklich. Wäre doch interessant, weil hier werden Schienen noch rausführen. Ach ja? Ja. Und das soll ich Ihnen glauben? Ja, ist wirklich so. So, da oben ist es nicht mehr. Das ist einfach der fehlende Sauerstoff. Nein, du, weißt du, was das Problem ist? Also die Sache ist, ich atme. Man denkt sich die ganze Zeit, boah, die redet so viel, wann atmet die mal? Problem ist, ähm, weil mein Mund halt nicht mehr dazu kommt zu atmen, übernimmt das mein Arschloch. Aber deswegen übernimmt mein Mund auch die Funktion meines Arschloches. Und deswegen rede ich nur Scheiße. Wow. Boah, das war so eine gute Erklärung. Deshalb, also. Gab's nicht noch Schicksal, plötzlich ist alles anders? Ja, gab's auch. Auch das, Annika. Aber ich finde witzige Scheiße. Ja, ich fand ich auch gut. Oder finde ich generell sehr gut, was sie so erzählt. An Scheiße. An Scheiße, ja. Nehme ich gern an. Krass. Oh, Ferret. So, Tinker, jetzt du. Jetzt ich. Hä? War das, haben wir den Clip auch gesehen? Aber. War das, das war doch auch, ah, das ist, äh, 093 ist, äh. Sind das nicht die Uncuts? Kann sein. Okay. So, Tinker, jetzt du. Jetzt ich. Jetzt ihr, hau mal ab. Aber, ne. Wir haben das noch bei Rebecca. Zuckerberg, du bist Fame, du bist ja immer Fame. Du bist vor allem ein kleiner Stalker. Wie kannst du das immer, du bist immer hier. Was ist mit dir? Zuckerberg, du bist Fame, weil du so schlecht spielst. Ja, ja, ist so. Warst du heute wieder zu langsam? Oder hast du es dann auch mal hingekriegt? Die ganze Zeit, egal. Küsst doch dein Herz. Das hätte Kimi dann safe nachgemacht. Hundertprozentig. Und ich hätte mir sicherlich die Lippe aufgerissen. Bei dieser Übung. Also, ich kann das nicht. Ich kann ein Bein hier so ein bisschen, aber, das war doch. Aber beide? Bein ist Ende. Nein, nein. Also, ich versuche das auch gar nicht. Ich versuche das auch gar nicht, Leute. Hey, easy. Ja, hau ab, du Gummimensch. Aber diese Gummimenschen, die alles können, auch Gummikalmer, mit ihrem Knie da. Ist ja ekelhaft, ey. Bah. Achso, bist du ready zum Weitergucken oder bist du noch im Chat? Zuckerberg. Der war so klar, dass er kommt und doof. Ja, dachte ich mir aber auch, ne? Traurig auch irgendwie. Wenn es halt sonst keiner macht, ne? Ist ja klar. Man muss da, also einer muss. Was denn, Rapti? Zurück. Sorry. Ganzer Stream. Ganzer Stream. Ganzer Clip. Hab's noch. Ja, das wissen wir alle mittlerweile. Das wissen wir alle, dass du niemanden hast, okay? Ja, selber schuld, weil du hast Sarah nicht klar gemacht. Heute noch erzählt. Heute noch über Sarah gesprochen. Ich weiß. Ich kann es also nicht mehr. Gerne, Rapti. Wo ist Sarah? Zentral, Mann. Zentral. Halt die Klappe jetzt. Maul, wir sind hier nach Reaction. Der darf nicht gestört werden, du Lappen. Ruhe. Das hat gerade noch mal wehgetan. Shit, das ist nice. Boah, das ist voll angenehm. Nein. Doch. Ich sitz nicht für dich. Niemand sitzt so. Doch, das ist übelangenehm. Du hast noch nie so gesessen. Laber keine Scheiße. Klar, im Fitnesscenter, an diesem Gerät. Du warst noch nie im Fitnesscenter. Laber keine Scheiße. Gerät. Was für ein, was war das denn? Ein Rücken-Däner. Däner, warum sagst du Däner? Kennst du nicht diese Dinger, wo man die Füße da so rummacht und dann macht man so kleine Sit-Ups? Da kennst du dich auch so. Du kennst das nicht, weil du ungelenkig bist. Boah, Halt's Maul. Däner. Däner. Da ist ein Gay-Rate, wo man sich Dänern kann. Ach komm, weißt du. Ja, kenn ich vielleicht nicht. Ach komm. Okay, das war kein Problem. Du musst ja nicht direkt auf Mutter gehen. Ne, ich geh auf Zuckerberg. Na besser. Ne, hallo! Ich glaube nicht, dass du auf Zuckerberg gehst. Können wir uns mal kurz entspannen hier? Hä, wenn man das sagt, man geht auf Mutter? Ja, aber das war vielleicht ein bisschen aus dem Kontext gerissen jetzt hier. Hallo! Boah. So. Ja, wo man Sit-Ups macht. Ich weiß das. Ich hab doch auch schon Sit-Ups gemacht in meinem Leben. Immer schon gemacht. Immer schon viele Sit-Ups gemacht in meinem Leben. Ein Rückenfuß-Rum-Gay-Rate. Danke, Annika. Das wird niemals müde. Oh Gott. Stellt euch mal vor, ich hätte jetzt ein Date mit dir. Mhm. Dir. Ja? Ja. Fabian, du auch passen. Ich möchte dich so ein bisschen anflirten. Ja? Und dann zeige ich euch jetzt, mit welchem Blick ich das mache. Elvira. Oh, süß! Direkt alle, ja! Aber wirklich süß! Was ist jetzt passiert? Wo ist Salat? Jetzt haben wir den Salat. Das ist wieder irgendein Meme. Komm, das ist doch wieder was, was wieder keiner versteht. Leute. Auch mal vielleicht, wenn ihr hier Gags reinschreibt, ne? Dann auch welche, die wir verstehen. Oder mit Link zum Meme. Oder, genau. Weil so ist nämlich für keinen hier lustig, außer für euch zwei. Wollte ich nur kurz gesagt haben. Danke. Habt ihr auch nicht fancy? Ja, Ausrufezeichen Onlyfans, Wolf. Natürlich haben wir Onlyfans. Das ist ja wohl lächerlich. Werd' denn kein Onlyfans? Gibt's noch irgendjemanden, der keinen Onlyfans hat? Oder mit Wikipedia einfach, genau. So. Also, Ausrufezeichen Onlyfans. Let's go. Dazu noch meine Sprachmemo. Boah, direkt vorbei, Annika. Ich sag's dir. Nee, Fabian. Say? Ähm. Ach so, bist du das? Das bin ich. Okay. Weil ich nämlich deinen Namen nicht sehe, deswegen. Ach so. Ich bin Disguised. Wahrscheinlich deswegen. Ich hab keine Ahnung. Ich seh deinen Namen aber auch grad nicht. Das backt scheinbar gerade ein bisschen. Warte mal, wir sind ja auch gar nicht in einem Team. Echt? Was ist mit euch? So, stimmt. Äh, verdammt. Oh, wow. Oh, wow. Wolf, Ausrufezeichen Onlyfans. Sei doch nicht so faul. Nee, Ratti hat Ed und dann... OF. Was kommen wir denn da hin? Ei, 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 ei. Ja? Musi? Während der Fahrt bitte nicht mit dem Fahrer sprechen. Nee, was ist denn los? Äh. Also, ich hab keine Ahnung von dem Spiel. Aber die Leute sagen, du hast deine Fracht vergessen. Du hast vergessen nur auf meinem Ziel. Moment, wirklich? Ich hab meine Fracht nicht dabei. Oh, wie geil. Möhm, kss, kss. Hello. Hallo, Möhm, kss, 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 kss. Oh, Gott. Hoch acht. Ja, weiß ich nicht. Oh, nee, oh. Ach, wie sehr kann man... Was ist denn mit dem Gesicht? Also, das ist ja... Das ist doch diese Dings. Geil. Äh. Das ist wie so ein Diss-Name. Stuck. Bin Stuck, ja, offensichtlich. Möhm. Möhm, neun Monate schon. Twitch Baby incoming. Dankeschön, vielen, vielen lieben Dank. Plus eins. Dankeschön. Plus eins in den Chat, dankeschön. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ah, vielen danke. So. Razor Tailman macht Song Battle. Äh, 10-Minuten-Timer für mich stellen. Hat mir gerade was vom Doktor in den Ofen geschoben. Mhm. Aber er hat ne Pizza in Röhre. Aber wieso vom Doktor? Doktor Ötker. Doktor Ötker. Ötker. Oh, oh mein Gott. Ich weiß noch, dass ich Doktor Ötker damals gefragt hab, ob man, ähm, da es sich ja scheinbar um einen Doktor handelt, ich vielleicht meine Pizza nicht mit der EC, sondern vielleicht mit der Krankenkassenkarte bezahlen kann. Der ging runter wie Öl. Ja, ja, okay. Relatable. Relatable. Da ist es wieder. I guess. Ach, süß, ey. Süß ist er, ja, komm. Der Weihnachtsbaum ist da. Oh. Tschüss. Wo ist er hin? Das war's mit dem Weihnachtsbaum. Ich kann heute eh nicht, weil ich bin leider Astro. Next time. Wie war es um 40 Zentimeter an deinen kleinen Körper? Äh. Pizza. Äh. Äh. Upsi, zum Glück hat sie es noch erklärt. Ja. Konnte man ja froh sein, dass Klippi das Ende nicht weggeschnitten hat, ne? Macht er ja mal ganz gern. Ja, ein bisschen cocky sein hier. Was? Nichts langsam schlaufen. So, Prüsterchen. Ja. Nee. Ja. Nee, weiß ich doch, Klippi. Weiß ich doch. Und an dem Abend war ich irgendwie so ein bisschen, ja, habe ich da jetzt Bock drauf? Oder ja, aber am Ende des Tages dachte ich mir dann so, ja, komm, let's go. Ich habe das Ja noch nicht mal ausgesprochen. Ich war noch, lass mich ausreden, ich war noch beim J, da geht der Kofferraum auf, alles klar, kein Problem. Kali nimmt ihre Tasche raus und folgt mir Richtung Haustür. Alter. Was? Hä? Wer hat, wer, Tom, Alter. Das habe ich gar nicht mitgeschnitten. Das war wirklich strong. So, du bist jetzt offiziell, weil kennt jetzt jeder. Ha, 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 geil, Alter. Very exposed. Very exposed. Ja. Cool. Cool. Hey, krass, aber wir wurden nicht aufgeführt, kann das sein? Bitte nochmal die Liste checken, ne? Klippi. Weil ich glaube, wir stehen nicht drauf. Weil ich dachte halt, also mich hat das jetzt sehr gewundert. Ah. Ach, weil du die Liste mal guckst. Ja, ich check mal die Liste, weil mich interessiert es ja schon. Ist so. Warum nicht Kimis Eis? Welche Eisdien-Story? Streamclipsgermany.de, Art. Ich weiß nicht, was du meinst, Annika, mit Eisdien-Story. Keine Ahnung. Wartet mal, hallo? Daniel, Daniel, Daniel Gay? Daniel, Daniel Gay. Klingt wie ein Energy-Getränk. Daniel Gay! Neuer Name freigeschaltet. Daniel Gay! Ah! Ja. Wie viele Namen hat er jetzt mittlerweile schon? Alle. Einfach alle. Wo zweitkommt? Der hätte schon zwölft Account. Das ist ja wirklich. Oh, Mann. Aber Daniel Gay ist wirklich... Ja. Der ist schon... Hätte mal Annika kommen können. Ja. Gay for a day. Daniel Gay. Der war gut. Oh, Mann. Ja. Oh, Mann. Cute. Sieht aus. Ah! Nein! Tata! Oh, mein Gott! Jetzt haben sie es verstanden. Kim, ihr müsst euch dringend gay für ihn... Dringend gay? Dringend... Dringend gay? Dringend gay. Dringend gay. Aber der heißt Denner. Wie komme ich denn auf den Dringend? Da, diese... Dringend... Ja, aber... Ach, egal. War in meinem Kopf... Mal rauf dir. Wir haben es wirklich probiert, ne? Ehrlich jetzt. Du weißt. Ja, dringend gay. Aber wie... Denner G... Ja, aber von... Ja, Leute, wir sind doch englisch international unterwegs. Dringend gay. Dringend gay. Nice try, bro. Ah! Ey, wirklich, wir haben es versucht. Ehrlich jetzt, Rapti. Wir wollten aber... Ja, sorry. In meinen Ohren hat sich das sogar fast schön angehört. Boah. Ey, das hab ich auch gemacht! Ha, ha, ha! Ich schwöre! Ich dachte so, hä? Das war gar nicht so kacke. Mann! Heftig! Ey, Raptis Kopf hat Sinn gemacht, ja. Ja, reicht auch. GG, Rapti. Ehrlich jetzt. Ich hoffe, du hast Spaß, als der Witz bei dir angekommen ist. Ich kann nicht nochmal. Mach den Moment nicht kaputt. Oh, mach weiter jetzt. Folgen wir auch auf all meinen anderen Social Media Kanälen? Die Haare sind so geil. Hast du noch andere? Ja, ich hab zum Beispiel Instagram, joint auch dem Discord. So, und dann würde ich sagen... Jetzt Kamelle. Auf die Plätze. Oh nein! Was denn? Oh nein, zu spät. Warte. Wir sind schon geradet. Oh mein Gott, nein! Aber war halt nicht, oder? Yeah, ja! Kann ich groß machen eigentlich, oder bist du... So, ich hab's noch nicht... Alright! Kann man diesen Clip, den du da geschickt hast, jetzt onstream gucken? Viking? Das war eine sehr, sehr schöne Folge. Vielen, vielen lieben Dank, Clippy, für eine weitere Folge Stream Clips Germany. Wichtig, abonniere, folgen, Daumen dalassen, kommentieren. Ich war vergessen schon wieder. Donieren auch. Donieren. Abonnieren. Auf Twitch auch abonnieren. Follow-vieren. Ja, alles. Alles aktivieren. Okay, ciao! I I E Vielen Dank.